Dieser wunderschöne Ford Fiesta Trend mit super Ausstattung könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Wir freuen uns über ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die anklappbaren Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben bequemen Ein- und Ausstieg, auch hinten. Besonders praktisch beim Rangieren der Parksensoren. Zu den 15 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad und Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Fiesta Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts zu unterwegs passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Einfachprobe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay. Okay. So, ich así. Okay. Auch das Team von Wimban. Kommt estoy mal überwشin homem.